So, schauen wir doch mal, was Mr. Roman hier sagt. Ganz schön mager. Na, der Bruder wartet ja nicht. Wollen wir mal Karte versuchen? Na her, die Krempel. Besser wie nichts. So, mal ein Ründchen. Klon-Bonus. Oben rechts wäre besser. Zeig mal, was du für uns hast. Gerade so, ey. Man, man, man da. Und hier gibt es mal zehn Fallspiele. Thor's Hammer. Schauen wir mal, was schöne Dippt hier. Ja. Also, es kommt noch ein bisschen. Ah, für den Anfang ja schon mal nicht schlicht. Komm, noch so ein Ding. Komm schon. Letzte Fallspiel. Hundertviertel. Na ja, nehmen wir mit. Und ein paar Freispiele. Excalibus Joyce. Zwei Euro. Hm. Keine Ah. Schauen wir uns den Fall mal an. Eeeeh, nur drückt er mal raus. Pause. Pause würde er schon mal machen. Komm los, jeden Fallbild muss drinnen sind. Loser mal. Oder den Balls macht es sich nur mal ein Film. Noch mal drückt er. Mal sehen wir uns mal drückt er. Das versuchen wir gleich nochmal. Und frisch nach der Werbung. Gleich nochmal Falspiele. Mal gucken ob die besser laufen. Das ist ja noch beschissener. Oh, keiner fehlt noch. Ah, schonmal ein Falspiele. Nehmen wir mit. Jawoll, Verlängerung. Jawoll. Aber wir haben es schon 30. Komm ihr Bias. Los. Wer hat es schon wieder heilig? Eieie, ein Vollgeld. Sehr schön. Und eine Verlängerung wo noch? Mann, ich fasse es ja nicht. Na, was denn denn? Haha, geil. 200 Locken. Sehr hübsch. Ah, da packt er die Uhr bestimmt voll. Ja. 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 Vier. Vier. Hübsch. Ne. Ja. Oh es ist auch noch voll Wille drin. Macht da nicht so spannend. Macht die Uhr voll. Böcht. Was. Dau. Böcht. Oh, I'm poofy. 10 Action Games und ein Puffi, erst mal Boys Game, supi, nicht übel, la dolce Vita, mal schauen und ein paar Brüllen jubelt Oh ja, ein paar Kotser Und heute mal ein Rundchen, Reckens Treasure Was nehmen wir heute mal? Hier haben wir einen Zahnstocher Los geht's Zwillinge Wir steigern uns Das war's schon wieder, 41 Und heute mal eine Wunde, Explodiak Fangen wir mal mit einmal an Gucken ob der Knaller vorbei kommt Wow 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 Untertitelung. BR 2018 Na, wo ist er denn versteckt hier? Komm, zeig dich. Oh, Mensch, da ist er mit drin. Oh, schon wieder. Das ist ja echt nicht nett. Wahnsinn, du warst hier in 50. Fünfer. Ne, ich jetzt auch. Echt blöd. Gut, also mehr wird es hier nicht. 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 Gut, also mehr wird es hier nicht.